Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Video aus der Java-Welt. Es geht um ein Thema, bei dem ich immer wieder merke, dass einige Programmierer es nicht kennen oder einfach ignorieren, weil es im ersten Moment ein wenig erschreckend wirkt. Allerdings ist es ein wirklich wichtiges Werkzeug, das bei der Fehlersuche unwahrscheinlich wertvoll werden kann. Und es tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich als Studenten sehe, die das einfach ignorieren und sich dann auf eine langwierige Fehlersuche begeben, obwohl die Lösung ihres Problems eigentlich direkt vor ihrer Nase liegt. Es geht um den Stacktrace. Ich nehme als Beispiel mal ein Programm, an dem ich gerade arbeite. Da ist nämlich gerade beim Programmieren ein Fehler aufgetreten und an dem Fehler kann ich die ganze Geschichte jetzt einfach mal zeigen. So, ich mache mal dieses Fenster größer. Der Code interessiert im Moment weniger. Das Programm selber wird irgendwann als Open Source zur Verfügung gestellt für jeden, der sich dafür interessiert. Aber dafür muss es erst einmal in der ersten Version anständig laufen. Okay, das hier ist mein Stacktrace. Da kann man im ersten Moment von erschlagen werden, wenn man das so sieht, weil da jede Menge auf den ersten Blick unlesbares Zeug runterrollt. Gut, was ist passiert? Ich habe das Programm getestet und irgendwo ist ein Fehler aufgetreten. Eine Exception-Worte geworfen, mein Programm ist nicht richtig. Ich habe irgendwo einen Fehler in diesem doofen Code. Es ist die Frage, wo ist dieser Fehler aufgetreten? Ich könnte jetzt natürlich versuchen, mich über die grafische Oberfläche an den Fehler heranzutasten. Ich kann allerdings auch diesen Stacktrace auswerten. In vielen Fällen geht das schneller. Okay, das wird natürlich bei jedem Fehler und bei jedem Programm anders aussehen. Deswegen ist das hier natürlich nur als Beispiel zu sehen. Also was ist ein Stacktrace generell? Ein Stacktrace ist die Ausgabe eines Stacks. Wem der Begriff Stack nichts sagt, dem erkläre ich das hier nochmal kurz. Also ein Stack ist eine Datenstruktur. Also irgendetwas, in das wir Daten reinlegen können. Und ein Stack folgt einer bestimmten Regel. Wir legen Daten rein. Da ist ein Datensatz. Da ist noch ein Datensatz. Und da ist ein dritter Datensatz. Das sind unsere drei Datensätze, die wir reingelegt haben. Und die Regel des Stacks besorgt, dass wir den Datensatz, den wir als letztes reingelegt haben, als erstes wieder rausnehmen. Also als erstes würden wir in dem Fall diesen dritten Datensatz entfernen. Dann den zweiten. Und jetzt legen wir nochmal einen neuen Datensatz drauf. Der wird also oben drauf gelegt. Den nenne ich vier. Und wenn wir jetzt nochmal einen Datensatz entfernen möchten, müssen wir erst diesen vierten Datensatz löschen. Und der erste wird erst ganz zum Schluss rausgenommen. Also die Daten, die zuerst draufgelegt werden, werden als letztes rausgenommen. Aus dieser Datenstruktur. Kann man an vielen Stellen brauchen. Für uns ist es interessant, wenn wir Methoden aufrufen, dann werden nämlich die Methoden auf einen Stack gelegt. Also ganz unten ist die Methode, die als erstes aufgerufen wurde. Und dann folgen die Methoden, die sie aufgerufen hat. Ganz oben liegt also die Methode, in der wir uns gerade befinden. Das ist auch logisch. Denn das ist die erste Methode, die abgearbeitet wird. Und dann werden erst die anderen abgearbeitet. Wir haben also eine Stack-Logik da drin. Und der Stack-Trace ist genau das. Der zeigt an, welche Methoden aufgerufen wurden in der entsprechenden Reihenfolge. Und daran können wir sehen, wo genau ein Fehler aufgetreten ist. Gucken wir uns die Geschichte mal an. Ich habe hier ein bisschen was von Apache, weil ich mit einem Webserver arbeite. Da ist ein bisschen Spring-Framework. Das ist ein Framework, das ich benutze. Da kommt auch mehr Spring. Und irgendwann wird es interessant, denn da kommen meine eigenen Klassen. Und hier kann ich sehen, diese Methode, ChooseTask, wurde da aufgerufen vom Framework. Da kommt jetzt mein eigener Code ins Spiel. Diese Methode hat die Methode ChooseCurrentTaskForAudit aufgerufen. Von der Klasse UseCaseSecurityFacate. Von der Klasse UseCaseSecurityFacate. Die hat eine Methode aufgerufen von der Klasse AuditUseCaseFacate. Hier kann man also genau den Methoden aufrufen folgen. Und hier sehen wir, dass es eine Null Pointer Exception gegeben hat. Also irgendwo wurde die Verarbeitung wegen eines Fehlers logischerweise abgebrochen. Und ich kann jetzt einfach mal auf diese oberste Methode klicken. Und ich sehe, hier hat es gekracht. Hier war also irgendetwas Null. Und das Interessante am Stacktrace ist, ich kann den Weg durch die Methodenaufrufe zurückverfolgen. Und dadurch vielleicht leichter die Ursache finden. Ich könnte mich da jetzt also durchklicken. Ich könnte mir mal diese Methode angucken. Ah ja, hier glaube ich, ist noch alles in Ordnung. Da müsste auch alles in Ordnung sein, weil da nicht viel passiert. Da sind nur Fassaden, die Untersysteme kapseln. Hier passiert wieder einiges an Logik. Dann gucke ich mal da rein. Ah ja, und hier könnte die Ursache für das Problem liegen. Behaupte ich jetzt mal, ich habe es noch nicht analysiert. Aber so kann ich mich dann durch dieses Stacktrace herantasten. Eventuell gucke ich mal noch in diese Methode rein. Da passiert auch ein bisschen was. Und die Analyse von diesem Stacktrace kann bei der Fehlersuche sehr helfen. Da sollte man unbedingt im Kopf haben, dass es dieses Werkzeug gibt. Gut, das war der kurze Ausflug in das Thema Stacktrace. Über dieses Thema kann man natürlich noch mehr sagen. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gebracht, wo man das Ganze für den Hausgebrauch verstehen kann. Wer sich für mehr interessiert, kann sich ja mal einen Artikel ansehen, den ich in der Beschreibung des Videos verlinkt habe. Und jetzt verabschiede ich mich und versuche die Ursache für diese Null Pointer Exception zu finden.